Also ich würde allen Frauen, es ist ja auch eine App, die jetzt auch für Frauen speziell entwickelt wurde, sagen, dass sich 10 oder 20 Minuten am Tag wirklich lohnen. Und das Schöne ist, wir haben Übungen entwickelt, die den ganzen Körper anstrengen und beanspruchen und auch Muskeln aufbauen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Training, wo wir die Ausdauer trainieren, sondern wir bauen Muskulatur auf. Und die sind ganz, ganz wichtig, damit unser Ofen weiter brennt, damit wir auch weiterhin viele Kalorien verbrennen. Und so können wir unser Gewicht dann auch irgendwann mal halten. Und dann macht so ein Stück Kuchen nicht mehr so viel aus.